Ein kleiner Nachsatz möchte ich noch an dieser Stelle mal einfügen. Ich habe gestern ja mein Video hochgeladen zu dieser wundervollen China LED Lampe. Und dabei ist mir aufgefallen, Kerl, du schwätzt die ganze Zeit über eine Lampe, aber hast dich nicht ein einziges Mal leuchten gezeigt. Da dachte ich mir, oh, das musst du korrigieren. Also, wir haben die Lampe, unseren wunderschönen, hochelektrisch gesicherten E27 Sockel und unser Energiekostenmessgerät. Und das wollen wir doch direkt mal kurz gucken. Also, leuchtet wieder, auch nachdem ich es zerpflückt und mir das zusammengebaut habe. Und wir haben 4 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, wir werden an den LEDs wahrscheinlich so roundabout 3, irgendwas Watt an Leistung haben. Das trifft mit den angegebenen 5 China Watt ja eigentlich relativ gut zu. Ach, apropos 5 China Watt. Im Video hatte ich gesagt 4 Watt, weil ich halt schon diesen Wert gesehen hatte. Es ist angegeben als eine 5 Watt Lampe, aber ich denke, für den Preis und die gegebene Bildqualität, aber ich denke, für den Preis und die gegebene Qualität des Produktes ist das trotzdem erträglich. In diesem Sinne, bis dann.